ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem display zu command and conquer alarmstufe rot 1 gegenschlag remastered auf seiten der alliierten ganz genau und ja leute wir waren beim letzten mal in mission 5 angekommen der ja der gegenschlag kampagne allerdings möchte ich gerade noch mal ganz kurz die bonus galerie kurz durchblättern was haben wir denn hier schon porträt eines koste mythen soldaten okay john archer verkleidet als der alliierte soldat in bayern für alarmstufe rot schon war qa tester und wurde zu diesem bild überredet wurde überredet oder wurde gezwungen naja gut leute egal gut ich würde sagen wir machen einfach direkt mal weiter die erste firma geschafft wir sind jetzt in sibirien leute drei missionen in sibirien ich habe ein staff aus ok wir haben noch so viele missionen das ist unglaublich alles klar frische spuren los geht's leute ich glaube da war beim letzten mal schon die cutscene reingesplittert ganz genau entwickeln wieder jede menge atomwaffen general star wars hat dann informanten in sibirien der weiß wo sich die sowjetischen atomforschungsanlagen befinden star wars besteht leider darauf ihn persönlich der alte sture bock hält sich für einen verdammten spät verdammt die sowjets müssen von star wars treffen erfahren haben der geheimdienst berichtet von starken verbänden die in marsch gesetzt worden sind ich hab star wars gesagt dass er noch drauf geht wenn er weiter spion spielt helfen sie ihm so gut es geht sobald der alte bock in sicherheit ist nutzen die seine informationen um die atomanlagen zu finden und zu zerstören sprengköpfe stützpunkte konvois einfach alles schmeißen sie die roten aus sibirien raus für mich klare ansage klare ansage ok die sowjetische aktivität in sibirien nimmt zu eine menge an nuklearem material wird durch dieses gebiet transportiert wir müssen den konvoi aufhalten schon wieder ein konvoi oh leute zerstören sie alle sowjetischen konvoitrucks und halten sie die sowjets davon ab weitere atomtests durchzuführen gehen sie vorsichtig mit der fracht der konvoitrucks um das nuklearematerial ist sehr instabil mhm ok die mission ist abgeschlossen wenn alle konvoitrucks aller sieben konvois zerstört wurden noch 20 minuten ach du heilige wir haben keinen bau wir haben keinen bauhof oh mein gott ok na gut dann bau einfach kampfpanzer ne moment erst mal einen zweiten sammler abgebrochen wir haben keinen bauhof was war das denn aber wir haben einen hobschrauber wir haben einen hobschrauber sehr schön oh man leute ernsthaft wir haben keinen bauhof verdammt sehr gern der erste konvoi trifft in 20 minuten ein ok gut wir haben einen zweiten sammler gut dann bau einfach gummipanzer dann brauche ich einfach jede menge gummipanzer bei solchen missionen einfach die billigeren ich kann sowieso keine kampfpanzer brauchen wir dann und wir spielen wieder auf schnee ja das ist äh ja grenadiere weg damit so wir haben nur gummipanzer leute bestätigt bestätigt und diese ansage dass äh ach du heilige das ist ein panzer ok ja gut äh das kriegt er schon hin schön rüber rollen ja bestätigt bestätigt dass die äh nukleären ladungen sehr instabil sind ich kann mich da auf der playstation an was erinnern das äh unberuhigend beunruhigend ist wenn man da nämlich kisten eingesammelt hat sind da Atombomben rausgekommen. Ja, das ist schwierig. Gut, alles klar, Leute. Bisschen erkunden. Und wir müssen die aufhalten. Okay, ich verstehe, Leute. Ich verstehe. Ah, draußen ist wieder ein Racer unterwegs hier. So, alles klar dann. Los, jetzt mach doch hier. Sibirien, ja, ja. Okay, ich verstehe. Kein Wunder, dass es auf Schnee ist. Wenn es Sibirien ist, dann ist es logisch, Leute. Alles klar. Auf diesen Hügel hier kann keiner... Ach, du Scheiße. Was macht der denn da oben? Panzer gegen Bunker ist nie gut, Leute. Ne, 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 ne. Lass den Bunker in Ruhe. So, Panzer weg. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen, speichere ich das Ding gleich mal. Ja, weil ich halt nicht will, dass ich hier irgendeinen Spielstand verliere, ne. So, Spielstand speichern. Das habe ich beim letzten Mal nämlich nicht gemacht. Mission 5. Add-on. Alles klar, Leute. So. Gut. Dann würde ich mal sagen... Oh, dieser Mammut, ey. Was machst du da? Hörst du auf? Macht der denn da? So, alles klar, Leute. Gut, dann nehme ich mir die jetzt alle einfach mal... ...und machen wir diesen Panzer deinem Arsch. So. Mach den kaputt. Den blöden Panzer. So, sehr schön. Gut. Dann hier lang. Und ja, Leute, geht's euch gut? Gut, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's nämlich sehr gut. Ich sehe mich nach wie vor an diesem Freitag auf hier. Ah, da oben ist, äh... ...kann man schon mal was kaputt machen. Ich muss mal eine Brücke kaputt machen. So. Äh, hier ist ja ein Mammutpanzer da hinten, ne. Das Manneken. Tschüss, Manneken. Ja. Tschüss, Manneken. So. Da oben kommt da schon wieder mit irgendwas. Okay. Ja, gut, egal. Gut, Leute. Äh, hinterher. Ja, los. Mach die kaputt. Mach die kaputt, die Scheiße. So. Kaputt machen. Platt machen, los. Mach die kaputt. Mach diese Panzer hier, los. So. Einfach alles kaputt machen und überfahren am besten. So, ja. Fünf Minuten, dann kommt der erste LKW. Die müssen... Die müssen wir nämlich alle kaputt machen. Die Dinger. Okay. Frage ich mich, wo der herkommt. Na, vielleicht kommt der von da unten. So, da würde ich es aber sagen, dann speichere ich das gleich nochmal. Und zwar am besten jetzt. Bevor ich, wie gesagt, äh... den Speicherstand verkacke oder so. Ne, das wäre scheiße. Vier Minuten, ja, ist gut. Ich hab sogar noch ein Jeep übrig, ey. Mann, Mann, Mann. Alles klar. Gut. Wir haben bald die ganze Karte aufgedeckt. Mensch, Leute. So. Noch drei Minuten. Oh, was ist das da? Ach du Scheiße! Was macht ihr denn da? Na toll. Der Turm ist weg. Das sagt mir aber, dass der Konvoi wahrscheinlich hier rauskommt. Ne? Das kann ja sein. Also... Okay, mach das kaputt da. Los. So, kaputt machen. Los, weg damit. So, sehr schön. Einfach überfahren. Die Scheiße. So. Und... Noch eine Minute. So, das kann sein, dass das hier... Dass der hierher kommt. So, alles klar, Leute. Gut, kein Geld mehr? Egal. Kommt er hier raus? Der kommt wahrscheinlich hier durch. Ja, da ist er. So, Leute. Weg machen. Seht ihr das? Das meinte ich nämlich mit den scheiß Atombomben. Oh, das meinte ich mit den scheiß Atombomben. Schaut euch das an, Leute. Ich schick mal das Manneken da rein. Schaut euch das an. Atombombe. Ja, das ist... Das ist dann genauso, wie ich es mir... Ja, vorgestellt hab. Ah, da ist noch ein Panzer. Weg damit. Macht er kaputt. So, alles auch kaputt. So. Das geht schon schön schnell. Das ist... Ja. Ah, der hat einen Spawner. Ich verstehe, Leute. Der hat einen Spawner. Alles klar. So. Okay. Weg damit. So. Oh, nu. Oh, was haben wir denn hier? Manneken. Ne, komm. So, wir müssen einfach alles platt machen, glaube ich, oder? Wir haben jetzt eigentlich alles, ja. Wird gebaut. Uff. Oh, da ist es. Okay. Äh, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Einfach drauf, einfach reinfahren da. Oh, Mann. Geil. Geil, geil, geil. Die Atombombe, ey. Wirklich. Ja, gut. Gut. Dann. Alles klar. Die Panzer sammeln sich mal da in der Mitte. Oh. Da ist noch ein Manneken. Bestätigt. Ja, gut. Alles klar. Äh, speichern, Leute. Mission 5 vom Add-on. Alles klar. Oh. Da kommt noch was. Aha. Bestätigt. Da kommt er mit Panzern an, ja. Komm, lauf da rein. Lauf. Ah, verdammt. Verdammt. Egal. Gut, schade. Der ist nicht da reingelaufen. Das wäre so geil, wenn der jetzt in seine eigene Atombombe reingelaufen wäre, ey. So. Schön überfahren, ne. Das ist... Äh, ja. Ich merke das schon. Über Russe. So. Ah, da. Alles klar. Da. Was ist das denn da? Uff. Okay. Wow. Okay. Und... Und weg damit. So, kann man es auch machen, ja. Äh. Sowjetische? Ah, da. Okay. Alles klar. Und was ist das? Was ist das für Tinger? Ach, das sind diese Tesla-Panzer. Ach, verdammt, Leute. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Mach die Scheiße kaputt, ey. Radar-Störgeräte. Und das sind in Wirklichkeit Tesla-Panzer. Ach, du Scheiße. Mammut-Panzer. Oh mein Gott, ey. Wirklich? Wirklich? Russe? Das kann doch ungemal sein. Hab ich keine Panzer mehr? Ja, ich hab keine Panzer mehr. So. Ach, du Scheiße, Leute. Wirklich? Ja, Sir. Okay. Mammut-Panzer platt machen. Los. Mach die kaputt, ey. So. Puh. Der fährt schön drumrum, ne? Der fährt schön drumrum, ja? So, mach die kaputt. Los. Die schafft ihr. Los. Äh. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Der Hufschrauber kann mal helfen, bitte. Wie ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Weitere Gummipanzer bitte bauen. Ihr Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug bestätigt. In Ordnung. Alter, was ist zur Hölle? Speicher das bitte nochmal. So. Hallo, hilfst du mal? Was soll das denn? Da ist noch ein Konvoi. Ja, Sir. Bestätigt. Oh, mein Gott. Bitte was? Einheit verlufft. Okay, dann fahr schnell da rein. Los. Bestätigt. Fahr schnell da rein. Ach, Tropoppe. Oh, Mann, ey. So. Hallo? Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Hallo? Oh, Gott sei Dank. Ja, Sir. Bestätigt. Puh. Okay. Ich hab nur noch einen Sammler, ne? Ach, du Heilige. Ich hab mich liebe Verrückter. Ach, du Scheiße, Leute. Wenn man nur die Gummipanzer hat, ne? Das ist so dumm, wirklich. Ähm, hab ich keinen Sammler mehr? Doch, okay. Einen hab ich nur noch. Oh, Mann. Das ist krass, ja? Das ist ne krasse Mission. Ich brauch noch einen Sammler. Das geht gar nicht anders. Konvoi nähert sich. Na toll. Jetzt ist da noch ein Konvoi, ey. Wie soll man das denn machen? Hallo? Was war das denn? Na, ey. Boah. Das geht aber gar nicht, ey. Das geht gar nicht. Wie soll ich das denn machen? Oh, Gott. Dann fahr ich schnell in die Atombombe rein. Was zur... Was? Ach, du Kacke. Leute. Ähm, ja super. Toll. Pff. Krieg ich nicht. Schaff ich nicht, Leute. Was? Ich kann noch nicht alles hier machen. Wirklich nicht. Ja, toll. Was soll das denn? Alter, Schwede. Boah. Was ist das denn für eine Mission, ey. Heftig, heftig. Okay. Alles klar. Ja, dann, äh, gut. Konvoi nähert sich. Ja, gut. Dann Hubschrauber. Gummipanzer. Ach, du Scheiße, ey. Wirklich. So, Leute. Oh, was macht der denn da? Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Scheiß Konvois, ey, wirklich. Gut, ich brauche einfach einen Sammler. So. Konvoi. Ich bleib mal stehen. Und reinfahren da. So. Dann noch mal. So, ich brauche unbedingt noch den Sammler, ey. Der sammelt aber auch ewig weit weg, ne? Ah, dieser Sammler. Gut, ich hätte am Anfang einfach, äh, Gummipanzer bauen sollen, ne? Okay. Sammel doch einfach hier unten. Warum sammelst du auch hier oben? So, der wird fähig. Noch ein Konvoi. Oh, Mann. Leute, wirklich. Den kriege ich nicht. Den schaffe ich nicht. Noch ein Konvoi, ey. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ne, es kann sein, dass ich das nochmal machen muss, leider. Es kann sein, dass ich das leider, leider nochmal wiederholen muss. Die Mission hier. Es sei denn, ich kriege den nochmal irgendwie aufgehalten hier. Und da reinfahren. Oh, nein. Ach, dieser Panzer ist wieder so blöd, ey. Wirklich. Oh, Mann, ey. Blöder Panzer hier. So. Alles klar. Gut. Gut, alles klar. Ich muss einfach hier sammeln, Leute. Einfach Gummipanzer nachbauen. Ohne Ende, ey. Ah ja, klar. Mammutpanzer. Da ist noch ein Konvoi. Alter Schwede. Das ist, ey. Leute. Leute. Euer Ernst? Euer Ernst? Euer Ernst? Euer Ernst? Leute. So. Der ist schon mal weg. Okay. Sehr gut. Da ist noch ein Konvoi. Bitte was? Bitte was, Leute? Was ist das für eine scheiß Mission? Da steht da dieser Tesla-Panzer um. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bereit zum Einsatz. So. Bestätigt. Einheit verloren. Ja, toll. Was ist das denn? Wird repariert. Der kommt raus, ne? Ja, Sir. In Ordnung. Oder weißt du was? Moment. Stell den Hubschrauber mal da ab. Nein. Warum? Shit, ey, Mann. Nein. Nein. Verdammt. Scheiße. Oh, was ist das denn, ey? Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl echt nicht wahr, ey. So. Konvoi nähert sich. Von wo? Von links, ne? Ja, von links. Sammler bauen. Mein Gummipanzer ist hier. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Macht diese Kacke hier kaputt. Los. Milde mich auf. Milde mich auf. Milde mich auf. Bestätigt. Wo bleibt der Hubschrauber? Da ist er noch. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Okay. Und reinfahren. So. Meine Güte, ey. Das ist ja wohl... Unter aller Sau die Mission. Wirklich. Ich kann auch keinen Hubschrauber nachbauen. Der Sammler sammelt wieder am Ende ein Ende der Welt. So. So. Meine Güte. So, die sammeln. Ach, die fahren einfach raus. Ja, okay. Wenn die einfach rausfahren... Wir einsetzen. Wird repariert. So. Wenn die einfach rausfahren. Ja, da brauche ich die auch gar nicht zu bekämpfen. In Ordnung. Sammelt doch einfach hier unten, Mensch. Ja, Sir. Bummi-Panzer. Hubschrauber. So. Wo schießt der Hubschrauber drauf? Da vorne auf den, ne? Hier. Ja, super. Toll. Ich muss einfach nur die Elferwiese kaputt machen. Scheiß auf die Patrouille. Wirklich. So. Mach die einfach kaputt. Scheiß Volk. Scheiß Konvoi. Wirklich. Ja, Energie ist wieder weg. Ja, komm. Ist gut. So. Alles klar, Leute. So. Puh. Nicht schlecht. Gut. Speichern. Mission 5 Add-on. So, Leute. Das ist eine heftige Mission, ne? Muss ich sagen. Muss ich schon sagen. Sir, in Ordnung. So, die nächste, die kam, glaube ich, hier oben her, ne? Moment. Nimm mal den einen Gumpel. Ne, ne, ne. Ist okay. Ja, Mammutpanzer. Wo sind meine Gummipanzer? Da sind meine Gummipanzer. So, Leute. Ähm. Hier. Einfach verfolgen, die Scheiße. Gummipanzer, ey. Wirklich. Komm. Gut, dann jagt ihn die Luft. So. Pff. Noch ein Konvoi. Ach, du Scheiße, Leute. Ist das euer Ernst? Da ist noch ein Konvoi. Bestätigt. Unser Stützpunkt wird unbequem. Ah, Manyken, ey. Verdammt auch mal. So. Da ging wieder eine Atombombe hoch. Einfach da hinten rauf fahren, hier. Einfach da drauf. So. Wir haben's geschafft. Oh mein Gott, das war der letzte Konvoi. Geil. Geil, Leute. Oh Mann. Wie gross. Alter Schwede, ey. Puh. Das war, ja. Geile Mission. Die ging schnell vorbei, ja. Gut. Bonusgalerie freischalten. Frische Spuren. Alles klar, Leute. Wir haben Ende. Uff. Der Russe hat kein Gebäude verloren. Ja, okay. Leute, alles klar. Das war eine geile Mission. Auch mit den Atombomben, dass man die so einsetzen konnte. Das war schon geil, ja. Gut, Leute. Alles klar. Bonusgalerie nochmal kurz schauen. Was haben wir denn hier? Hintergrundillustration aus Alarmstufe Rot 1. Hintergrundillustration des schweren Panzers. Boah, geil. Das sieht geil aus. Neuer Screensaver vielleicht. Okay, Leute. Dann ist für uns Auswahl. Weiter geht's direkt hier. Sibirien 2 in der Falle. So. Alles klar. Dann gibt's jetzt wahrscheinlich wieder nur einen Text, ne. Genau, die Konvois konnten zu einer sowjetischen Anlage für nukleare Weiterverarbeitung zurückverfolgt werden. Wir müssen diese Anlage zerstören und das gesamte nukleare Material sicher neutralisieren. Errichten Sie eine Basis und zerstören Sie die sowjetische Weiterverarbeitungsanlage. Außerdem darf keiner der sowjetischen Konvois-Trucks auf Sigmundgebiet entkommen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere Operationen in Moskau durch einen Atombombenangriff gefährdet werden. Alter Schwede. Euer Ernst. Na gut, dann fahrt einfach mal dahinter weiter hinterher hier. Oh ne, keine gute Idee. Keine gute Idee. Okay, Leute. Ähm, gut. Wir sollen eine Basis aufbauen, haben die gesagt, ja. Ach du Scheiße. Uff. Gut. Ähm, schnell aufbauen. Gut. Alles klar, Leute. Gut. Schon wieder Konvoi-Trucks. Oh Mann, Leute. Ich hasse Konvoi-Trucks, ey. Ich kann's nicht mehr hören, wirklich. Ach du Scheiße. Äh. Renadiere, ey. So, weg damit. Oh Mann. Ohne Scheiße, ey. Ach, das ist der Remix von der Kirchenmucke. Von der Kirchenmucke, ja. Hier sind zwei Brücken, wo Trucks her könnten, ne. Gut, dann würde ich sagen, mach ich die einfach mal kaputt. Und die Artillerien. Die Artillerien. Oh, Edelsteine, Leute. Sehr, sehr gut. Alles klar, Basisaufbauung. Großkraftwerk. Sehr schön, Leute. So. Martillerie. Kaputt machen die Brücke. Los. Alles klar, Leute. So, das macht Spaß. Ja, das macht schon schön Spaß, muss ich sagen. Hehe. So. Die Brücke kaputt machen. Alles klar. Äh, Waffenfabrik. So. Alles kaputt. Sehr schön. Waffenfabrik. Bestätigt. Genau. Genau. Pfff. So, Leute. Genau. Oh, Mann. Ja gut, alles klar. Ach, du Scheiße. Oh, Mann. Zum Glück treffen die nicht so gut, ey. Ein Hubschrauber. Was? Warum Hubschrauber? Macht den Hubschrauber im Arsch. Schade. Egal, Leute. Äh, Waffenfabrik. Brauche ich direkt einen zweiten Sammler. Ach, du Scheiße. Panzer. Oh, Mann. Was macht der denn da oben? Das ist jetzt aber unfair, ey. Komm. Ich muss meinen Sammler in Ruhe. So. Ja, Sir. Alles klar. Habe ich drei Sammler? Nee, ich habe zwei, so. Okay. Alles klar, Leute. Ich brauche aber die Edelsteine da hinten. Gut, dann sammle die Edelsteine. Los. Der Sammler wird nämlich jetzt fertig. Genau, und dann kann ich direkt die Radarzentrale bauen. Ja, Sir. So. Alles klar, Leute. Speichern. Mission 6, Add-on. Einsatz, wir speichern. Und, ja, dann haben wir noch vier Minuten. Mal gucken, wofür das noch reicht. So. Was? Ja, Sir. Ah, das ist... Ja, Sir. Bestätigen. Ja, Sir. Das ist der Stalin. Ja, ja, ich erinnere mich. Das ist der Stalin, Leute, der da im Hintergrund labert. So zerstören sie alle Convoytrucks. Ja, okay. Gut, aber hier unten gar nicht dazu machen an Verteidigung. Chew an sie ist, ja. Alles klar. Konstruktion abgeschlossen. So. Leute, dann baue ich die Werkstation unten hin. Und ansonsten brauche ich eigentlich nichts. Wir brauchen Silos. Brauchen wir Silos, ja, dann Kampfpanzer und Artillerie. Okay, los geht's. Alles klar. Hopp ich mal, dass hier keine Konvois wieder durchkommen, ey. Mann. Nicht schon wieder Konvois, ey. Das nervt langsam mit den Konvois. Die lieben ihre Konvois, die Russen, ey. Wirklich. So. Egal, dann haben wir das schon mal. Ja, schon haben wir kein Geld mehr. Eben noch meckern, von wegen, wir brauchen Silos. Aber jetzt haben wir eine Schule da. Kein Geld mehr, ey. Mann, Mann, Mann. Ey, geh doch hier oben. Ey. Geh doch hier oben sammeln. Oho. Euiuiui. Das sind aber viele. Das kommt dann auch mit Metiken. Ach, du Heilige. Okay. Ja, das ist knackig hier. Muss ich's... Ach, du Scheiße. Ach, du... Ach, du... Ähm. Was war das denn? Ach, du Scheiße, Leute. Was war das denn? Das war ja krass. Das war krass. Zweimal fünf Manneken und... Ja. Scheiße. Oh Mann. Gut, egal. Leute. Ähm, ja. Zweimal fünf Manneken und zack. Komplett verloren. Ja. Das war geil. Das war krass, Leute. Gut, alles klar. Aber auf jeden Fall... Jawohl, Sir. Da brauche ich dann die Manneken, brauche ich dann hier. Hier drin. Alles klar. In Ordnung. Jo. Na dann. Machen wir das mal. So. Weiter. Weiter aufbauen hier. Los. So. Weitere Kampfmanzer. Weißt du was? Ihr geht euch mal reparieren. So. Bunker. Damit wir da schneller reagieren können. Mensch, was soll das? Was war das denn gerade? Das war ja krass. So. Wenn gleich wieder die zwei Flugzeuge kommen, dann weiß ich Bescheid. Das war ja heftig, ey. So. Du sammelt bitte hier. Wird repariert. So. Alles platt machen einfach. Ja, ja. Alles klar. Da kommt er nämlich. Okay, da kommt er schon. Äh, ja. Artillerie bitte hier hinstellen. Da kommen nämlich die Flugzeuge. Okay. Da muss ich jetzt oben drauf gucken. Und hier links. Ja. Und hier links. Mhm. So. Einfach platt fahren. Ja, das war ja nicht so. Alles klar, Leute. Gut. Ah, jetzt habe ich wieder kein Geld, weil das Panzer da drin steht. So. Gut, Leute. Da kommt noch ein Panzer. Erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Bestätigt. Gut. Jo. Melde mich wie Befohlen. Dann, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mal sagen, dann lassen wir doch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Äh, würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sie hören uns beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.